Lasst uns alle Grenzen überschreiten, kämpfen in Solidarität, das Gemeingut übernehmen, Demokratie neu erfinden. Der Schritt vom öffentlichen Protest zum zivilen Ungehorsam ist jetzt nötig. Lasst uns diesen Schritt am 17. Mai in Düsseldorf gemeinsam machen. Am 17. Mai werden wir uns die Plätze in der Stadt zurückeröbern. Wir brauchen keine Prestigeobjekte oder Luxus-Shopping. Ein öffentlicher Raum wird privatisiert ohne uns. Unsere Stadt ist keine Ware und deshalb werden wir uns nehmen, was uns sowieso gehört. Blockify Düsseldorf, wir sehen uns auf der Straße. In der Düsseldorfer Innenstadt haben eine Reihe von Modefirmen ihre Flagship-Store genannt und Vorzeige lehnt. Wir werden am Blockify-Axperimentstag einige von ihnen besuchen, um vor Ort die Arbeitsbedingungen der dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen zu thematisieren, aber auch die Lebensbedingungen der Menschen, die die Kleidung herstellen, zur Sprache bringen. Im Düsseldorf, wir werden uns die Stadt übernommen. Im Düsseldorf, wir werden uns auf der Straße in der Stadt besuchen, um unsere Stadt zu beherren. Im Düsseldorf, wir werden uns auf der Straße in der Stadt besuchen, um die Europäische Akte zu beherren, um die Austerität und die Politik der Austerität zu beherren. Blockify Europa, Blockify Düsseldorf. In 2013, wir sind in Frankfurt. Jetzt sind wir die Stiftung gegen die Europäische Politik der Austerität in Düsseldorf. Hier haben wir auch die Stadt besuchen, wir werden uns auf dem Ort und den Ort bekommen. Das ist ein Stadt zu gerekiherren, wo die Stadt besuchen wenn wir in die Stadt besuchen. Hier haben wir es eine Stadt, und wir wissen, dass wir in der Stadt besuchen, Untertitelung des ZDF, 2020